Die Wien-Modern-Heuer Begleitet wird er dabei von Klängern von Jean Barraquet. Der französische Komponist wollte Ende der 1950er Jahre mit verschiedenen Künstlerkollegen seine Musik in Bilder umsetzen. Es steht auf alle Fälle in der Tradition der Sehnsucht nach dem Gesamtkunstwerk. Also alles zu erfassen, alle Sinne zu befriedigen und Musik und Ton und Raum in eins zu bringen. In elf Räumen, ausgestattet von Studenten der Akademie für Angewandte Kunst, begegnet man dem armen Mann immer wieder. Verheddert in seinem Dasein einer, der sich zu nichts entschließen kann. Das bedeutet Gehirnwäsche. Genau, vielleicht kann das helfen. Oder er müsste endlich lernen, die Dinge so zu sehen, wie andere es wollen. B! Nein, A! B! A! Wie auch immer, der arme Mann wird sein Gefängnis wohl nie verlassen. Das Publikum kann ihn auf seiner nie begonnenen Reise mit dem Sirene-Operntheater noch bis Samstag durch die Räume im Mondschein in der Zollergasse in Wien völlig gefahrlos begleiten. Hast du ein tapferes Herz? Ja. Pause. Bitte. sketisch. Robot... Gellisch. 此ère... ... ... ... ... ... Vielen Dank.